Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SV Darmstadt 98. Ich bin der neue Trainer und Pressesprecher gleichzeitig, weil die Moneten sind da reingeflossen, da kommen wir gleich zu. Ich bin Karte Dekade Kuschinski und ich pimpe jetzt hier so ein bisschen den Verein, habe ich mir gedacht. Der SV Darmstadt 98 hat in meinem Herzen einen sehr, sehr großen Platz gehabt, schon immer. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach die geilste Vereinszimmer haben. Ich meine, habt ihr euch die schon mal angehört? Hast du die schon mal angehört? Die ist unnormal belohnt. Da kann man auch mal kurz reinhören hier. Kannst du die mal anmachen eben? Rena, ich heiße nur Herr Becker, der ist Karte Sekalos. Warte mal, wir sind hier incognito unterwegs. Ja gut, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme den Trainerposten unter zwei Bedingungen an. Bedingung 1, ich mache den Lachs hier so, wie ich das will. Also das bedeutet, ich bringe mir die Spieler mit ins Haus, die ich will. Ich habe hier einen Kumpel, der hat schon mal Fußball gespielt, hat er gesagt. Und er findet das auch gut. Finde ich gut, Fußball. Also da machen wir nichts falsch mit dem. Was hast du denn schon? Sag doch mal, wo spielst du am liebsten? Also Fußball habe ich gespielt beim SC Hornburg. Dann gab es den ersten Transfer zum SV Schladen. Dann wurde ich raus hier mobbt, aber auch vor Weihnachtsfeier habe ich noch einen kleinen Pokal bekommen. Stimmt halt. Das klingt doch wirklich wie so eine echte Geschichte, die so voll traurig ist. Ich habe den Pokal noch. Das war das traumatische Erlebnis. Und dann bin ich zum MTV Imendorf. Neuer Verein. Neues Leben. Dann hat der Bäcker gesagt, der kam nochmal zum Training am Sportplatz. Der Bäcker hat gesagt, in mir steckt mehr. Was habe ich zu dir gesagt? Sag es, was ich gesagt habe. Sag genau, was ich gesagt habe. Maxi, Schatzi. Die alte Schachtel hier wechsel dich nicht ein. Und dabei hast du Qualitäten, die man sonst nur einmal im 10, 10 Jahren, 100 Jahren Jahrhundertspieler. Aus dir mache ich ein Jahrhundertspiel, hat der Bäcker gesagt. Komm SV. Und jo, da bin ich. Ich habe Bock auf die Saison. Mannschaft ist Mannschaft. Gefühle. Und deswegen sind wir heute hier. Was alle auch bestrunzt. Das haben wir uns alle gefragt. Das ganze, äh, die Flasche ist nicht leer. Hätte, hätte. Fahrradkette. Äh, wäre, wenn, Fahrrad. Die Ziele. Klar. Die Ziele sind eindeutig Champions League. Ach, wir müssen erstmal in die erste Liga. Klar. Wo ist die? Eine drüber. Also Junge. Vorbereitung lief richtig scheiße. Ich habe keinen Bruder gemacht, Rainer. Aber warum wächst du mich aus? Ja, weil 50 Minuten, du läufst im Kreis. Wir spielen hier nicht Purzelbaum-Wettrennen. Gibt mir eine Chance, Rainer. Gib mir eine Chance. Hey. Lass mich spielen. Startelf. Ey, ich habe dir gesagt, alles brauchst du eine. Oh, Scheiße. Becker? Moment, 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 Moment. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Vereinsführung haben. Ich dachte, ich habe den. Das ist mein Laden jetzt hier. Rainer, lass mich spielen. Wir sind vierter Platz. Was ist jetzt euer Problem? Rainer, wäre ich für den Nationalelf nominiert? Ja, der Junge bekommt schon noch seine Chance. Der musste nur mal ordentlich ins Training einsteigen. Der war drei Tage nicht da. Ja, wissen Sie das? Ich weiß das. Ich musste das jetzt sagen. Es tut mir leid. Hä? Ja, ich gehe mit dem persönlich heute noch auf den Platz. Wir trainieren, machen ein paar Hütchenläufe, ein paar Abschlüsse. Dann läuft das. Und dann darf er auch demnächst mal ran. Ja, klar. Der Max. Ja, ja. Ja, tschö. Ja, du legst erst auf. Nee, du legst erst auf. Training? Du legst erst auf. Ja, tschö. Tschö. Tschau. Training. Training. Max? Du musst jetzt trainieren. Genau, zieh dich aus. Trainer, Training. Ich bin bereit, Trainer. Ja, ab auf dem Platz. Die klopfen schon an der Türe. Die wollen uns hier beide rauskriegen. Kannst du das glauben? Uns alle beide. Schuss, Schuss, Training. Schuss, Training. Das muss knallen, muss er. Das tut dir noch ein paar andere Übungen aus. Das ist sehr wichtig. Ich kann Standards. Übel gut, Trainer. Ja, mach den, äh, ja. So, erzähl mal den da ordentlich mal in den Kasten rein, du. So, mit links. Ja, aber schieß doch mal direkt. Ja, klar. Uh. Oh, schön gegen die Glocke oben. Ja, das klingelt. Trainer, ich kann das. Jetzt machen wir was Schönes. Zack. Zack. Oh, überragend. Trainer, ich bin bereit. Zack. Oh, Dicker. Nee. Trainer, stell mich auf. Zack. Oh, Alter. Reingeschlämmert. So, stand Platz. Nächste Übung. Passen, passen, schießen. Passen. Passen. Ja. Steht sogar da. Noch mal passen. Sag mal, bist du zu blöd oder was? Mein Gott, den in die Plexiglascheibe wie hier. Äh, wie geht das, Trainer? So, und jetzt Schuss. Ja, voll, lass ihn doch mal. So, jetzt Trainer. So, jetzt kegel den da rein. Mein Gott, der trifft das Scheunentor nicht. So, jetzt aber. Hä? Junge, da ist eine Scheibe. Bist du zu blöd oder was? Trainer. So, mach den da rein jetzt. Uh. Hä, was soll ich denn machen? Junge, in die Ecken. Da sind doch Löcher. In die Ecken. Ach so, ich dachte nicht in die Ecken. Trainer. Ich will doch mal. Jetzt hab ich's gerallt. Der will den Stammplatz. Ja, komm, mach mal. Trainer. Neuer Versuch, Trainer. Aber jetzt löppt das. Trainer in die Ecke. Ja, siehste. Mit Gefühl. Mit ein bisschen, ne? Jetzt mach mal oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Ah! Leider, Digga. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Vorbei am Gegner. Ah, ich versuch's, Trainer. Kämpfen. Ich wollte dich da vorbeikämpfen. Ja, auch mal vorbei. Ja, ja. Aber es war ein guter Gedanke. Die gucken dir alle zu, wie du hier die Scheiße fabrizierst. Wie soll ich das rechtfertigen? Hier zwei in a row, Digga. Ja, 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 ja. Habe ich noch. Ist noch warm. Ne, der ist aus, Digga. Naja, C ist besser als D. Weiter. Nächste Übung. So, jetzt will ich aber wirklich was sehen. Schießt da wie ein Cristiano? Mit unserem Wappenschön im Hintergrund? Wo schießt du denn hin? Was ist das denn? What? Oh! 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 Forsten, Digga. Ei, 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 ei. Jut, 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 jut. Der Ansatz ist ja gut. Bisschen zu weit links. Bisschen zu weit links. Bisschen. Die stehen hoch. Pass auf, Trainer. Ich mach Trick. Ronaldinho. Damals bei uns in Bremen hat er das gemacht. Ich bin ja Bremer, Alter. Hat er das bei uns gemacht mit Barcelona. Ich stand in der Kurve. Die ganze Mauer springt und er schießt unten drunter. Tor. Scheiße! Und nochmal. Boom! Da klingelt es im Garten! Boom! So, wenn wir jetzt mal eine Bilanz ziehen. Doppel A. Doppelpass, bist du scheiße? Ja. Wie schnell bist du denn überhaupt? Übel. Die letzten Wochen waren gut. Wir haben zwar gewonnen ohne dich, aber ich würde sagen, jetzt haben wir... Gib mir eine Chance, Trainer. Gib mir eine Chance. Ich würde dich heute in die Startoffer-Formation gegen Bochum stellen. Bochum tritt die dritte Liga. Der Grünemeyer ist Fan von denen. Ich will, dass der leidet. Wie soll ich spielen, Trainer? Gut. Klar, Digga. Knappe. Knappe! Ja, Knabe. Der hat die Haare, Digga. Er ist blau, blau. Wer sucht das aus? Komm, ich bin frei. Pass, pass, pass. Mann, langen Ball. Langer Hafer. Gib Ball. Gib Ball. Biet dich an, biet dich an! Ich biet mich an, langer Hafer! Mach da hinten dicht, ey! So, Knabe nach vorn! Jetzt, Trainer. Ich kämpfe mich, ich setze mich durch. Oh! Ja, war ein guter Versuch. Trainer, was macht die Defense? Trainer! Spiel... Red mit deinen Spielern und nicht mit mir! Bin ich hier deine Mutter oder was? Gelbe Karte. Toll! Da stelle ich dich einmal auf! Und du holst dir direkt den gelben Karton ab! Trainer, ruhig, ruhig, ruhig. Schieß in die Bude. Zehn Minuten im Spiel. Ja, da wollte ich den Ball. Aber er hätte mit Knie ins Gesicht gedrückt, Digga. Schönes Ding. Und jetzt zieh durch, Junge! Getunnelt! Aber war doch geil, Trainer. Der Gedanke. Ja, ja, ja. So, jetzt lauf dich frei. Schön. Und jetzt zieh durch, Junge. Zieh durch! Das ist dein Ding! Trainer! Lauf durch! Lauf durch! Verteidigung überlaufen! Haben wir geübt. Scheiße, Bruder! Oh Mann, er kann gar nichts! Viel früher ab! Okay, Trainer. Und ich meine Ego-Messi machen hier. Messi machen unsere Verteidigung. Ist ein Haufen Scheiße! Wir haben jedes Spiel nicht verloren. Bleib mal ruhig. So, was machst du denn? Guter Pass. Vorder nochmal! Jawohl! Lauf doch! Ich lauf wie so ein Berserker! Ich renne jetzt nach hinten, mir reicht's. Das ist seiner, das ist seiner. Habe ich, habe ich, habe ich. Arbeit nach hinten! Libero! Ey! Ja, Vorteil, Digga. Ey! Lass dich auch mal ein bisschen, lass dich mal ein bisschen kegeln da. Lass dich mal ein bisschen kegeln. So. Ja, ja, ja. Und jetzt ja. Ja, 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 ja. Nee! Aber er rennt halt wirklich wie eine Oma. Ohne Ball. Ohne Ball, hab ich gesagt! Wie ohne Ball? Lauf dich frei, Junge! Ich war frei. Ich hab doch den Ball bekommen. Ja, aber nicht immer fordern, fordern. Auch mal in den freien Raum. So. Ohne Ball. Ohne Ball. Ja, sehr gut. Genauso. Schöne Vorlage. Schöne Vorlage. Nicht fordern. Forderst du? Ja! 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 Verteidigerlichkeit! Ja! Ja! Schön, 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 scheiße. Oh, schön. Nein. Nicht der, der hat einen Schuss. Ach, du scheiße. Schiri. Schiri, ich habe dir gesagt, das ist scheiße mit den Trikots. Die verwechseln sich doch alle hier. Mach kurz. Mach doch kurz. Schön. Was ist das denn? Ey, warum bin ich nicht gesetzt, wenn die so scheiße spielen treten? Weil alle scheiße sind. Jungs, es haben wir hin und mal ran, da an die Buletten. Wie die uns nass machen. Guck dir das an, Trainer. Oh, Rückpass. Ach, du Scheiße. So, mitlaufen, mitgehen, Knabe, mitgehen. Schön. Weiter, 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 weiter. Vorder, vorder, jawohl. Und jetzt durch, durch, durch. Schieß. Uh. Ah. 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 Ey, aber ich habe so voll Spann, Digga. Basupi. Warum geht der nicht ab? Die blinde Kugel, du. Ey, warum geht der nicht ab? Ich mache den rein. Elfer. Oh. Ecke. Lauf mich nur frei. Hol dir das Gerät jetzt. Fordern, fordern, fordern. Scheiße. Schwache Passansage. Schwache Passansage. Geht doch da mal ran, Jungs. Ja, schön. Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh, nee. Ja, nee. Nee, 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 nee. Was ist das denn? Was macht Romsack? Das ist aber so nicht geübt. Honda. Sack. Ich spiele mehr Sechser, als ich gepisst habe in meinem Leben. Ja, ja. Ja, nimm ihn. Ach, die Schande. Ist doch geil, Digga. Warte, 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 jetzt kommt. Und jetzt musst du ihn machen. Jetzt musst du ihn machen. Knabbel. Alles heck von dir ab. Alles heck von dir ab. Ja. 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 Was? Guck mal da. Getrickst. Zack. Schön. Geil auch, dass er den Blick für einen anderen Mann hat. Schön. Trainer, wir brauchen irgendwie einen neuen Sechser. Wir brauchen einen neuen Sechser-Trainer. Transfermarkt. Trainer, bitte. Neuer Sechser. Helvis Hogwarts-Jahr spielen wir nur in unserer Hälfte. So. Ich bin's wieder. Der Bäcker. Mit dem Koschinski war nur. So, egal. Also, wir haben den ersten Platz in der Liga nach fünf Spielen. Das kann kein anderer Klub in der zweiten Liga von sich behaupten. Ne? Hat mich gefreut für den Verein. Äh, endlich. Äh, für die Saison. Hier geht's jetzt nur vorwärts. Eine Richtung. Gemeinsam. Als Team. Und ich finde, jeder kann sich mal im Sack kraulen. Würde ich gerne so unterschreiben. Geh nicht immer nur um mich. Ich bin hier hingekommen, um als Team Folge zu erzielen. Weil wir sind elf Mann auf einem Platz und elf in der Dusche. Mehr. Ne, 23. Wenn ich mit Komm 24. Also, Knabe, wenn ihr jetzt gegen Gräuter führt, richtig gut performst, dann lass ich dich gegen Braunschweig auch ran. Gegen Braunschweig, mach ich. Schön. Schönes Ding. Und jetzt nach vorne kämpelt. Super. Klasse. Klasse. Ich geh durch. Knabe. Geh. Schön abgegeben. Ja, sehr gut. Der letzte zu. Und jetzt fordert nochmal. Sehr gut. Knabe. Oh. Dig. Gib Ball, gib Ball. Schönes Ding. Was ist das für eine Ecke? Ne, war gut. Nein. Ruhig, Knabe. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig. Ich war umstellt. Trainer. So, genau. Aufbau, Jungs. Außenbahn, Außenbahn. Autobahn. Knabe. Ey, ich war nervös. Ich dachte, er passt erst zu dem vor mir. Ich war, auf einmal war der Ball da. Ja, ich wusste, okay. Es war doch klar, dass er zu dem passt. Äh, Defense. Gott, Gott. Scheiße, er war auf Mann. Da freut er sich. War voll auf Mann. Schuh hin. Was ist das für eine Murmel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war geil. Ja, weiß ich auch nicht, Digga. Mädchen, Trainer. Sarbei. Alter, Sarbei. Hans Sarbei spielt bei denen. Ja, klar. Ja, klar. Also, den langen jetzt hier. Panzer, Panzer. So, auch abgeben. Schön. Und nochmal fordern. Nochmal fordern. Jetzt machst du ihn. Oh, das ist der Mann. Ey. Wie, ich habe ich links Fuß? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die meinen so dicht, Digga. Schön. Oh, scheiße. Ey, muss man mal versuchen. Auch mal einen langen. Oh, 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 oh. Ah, ey, Scheiße. Schiri, hat mir ja helle Sehne durchgebissen. Das geht nicht mehr, Trainer. Es geht einfach nicht mehr, klar. Alter, 20 Millionen. Ey, Schiri, der hat ihn aber auch umgerubbt, hat er denn. Ich habe so viele Chancen. Entweder initiiert oder selbst mal abgeschlossen. Alter, der Kopfball hat dir das Genick gebrochen. Aber der war so saftig. Brochener Knöchel. Drei Monate? Geht's? Arschloch. Ja, wie find ich das? Scheiße ist das. Starspieler verletzt. Drei Monate vermutlich raus. Nur weil die da ihre Knöchel nicht im Griff haben, oder was? Da macht ein Astra einen super Kopfball da hinten. Jo. Vorne? Bin umgeknickt. Die Knieschoner waren scheiße. Wir sind seit neun Spielen, nach neun Spielen. Die da oben, die versorgen uns nicht. Erster Platz sind wir. Medizinische Abteilung für den Sack. Und jetzt ist die Meisterschaft in Gefahr, ist die Meisterschaft. Ja. Wie sollen wir das handeln ohne Knabe? Trainer, ich will Verein wechseln. Ich mach's jetzt. Ich komm mit. Mach's Social Media. Auch hier, dass der Präsident vom SV wieder uns verarscht. Ey, wir wechseln jetzt den Verein. Wir boykottieren jetzt. SV Darmstadt, was ihr mit uns gemacht habt, das geht so nicht weiter. Ey, ich bin raus. Wir gehen raus. Wohin gehen wir? Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig. Scheißegal. Knabe, kannst du nicht verpissen. Danke, Trainer. Ey, bitte Krücke. Organisier mal Krücke. Wie habt ihr das geschafft mit der Meisterschaft? Ohne mich und ohne den Knabe? Wie habt ihr das geschafft? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, tschüss. Fuck. Wo ist Eintracht Braunschweig? Ja. Wo ist Eintracht Braunschweig? Ja. Wo ist Eintracht Braunschweig? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.